oh mein gott hat ja eine gelbe rohre ja schliess die rohre du kannst du kannst die rohre abschliessen mit so einem ventil ja da leuchtet was da ja ja passt ja das ist halt einfach nur eine zusätzliche gefahr ich habe da haben jetzt alle rohre ab oder ich weiß es nicht ob naja ich höre mal noch etwas oh wei da hat jemand das medikit verpasst halfway b ist da bei mir gleich beim sparen glaube ich ja direkt beim sparen ist 5b es ist blöd dass es nicht allen sagt welchen schlüssel wer schon gefunden hat da wie der fabi war vor die ganze direktoren schlüssel schon dabei getötet ja woher soll ich wissen was die englische übersetzung für rektor ist aber nicht wissen ja schon einfach man da gibt es im prinzip da ist jetzt wieder so eine leitung wo leuchtet da ist ja schon einer dran staircase schlüssel da ist alles abgeschlossen da muss man auch viel mehr schlüssel finden glaube ich was zum teufel ich hänge du dir in dem raum ja dann müssen wir die wohl leider aufmachen probier es mal mit die aufmachen aber die tür kann man kann man nicht mehr aufmachen ich glaube jetzt ist schwerer weil weil die von raum zu raum hangeln muss du wirst die schlüssel so quasi verschachtelt finden also wir müssen jetzt in dem fall der wäre so 10 schlüssel halbe a habe ich jetzt gefunden und er sieht er noch mehr ich habe alles nicht zur gemeinheit beiträgt da ist sogar wegbeschreibung ich glaube ich habe a gerade aufgesperrt wenn wir aber nicht sehen oh Gott da ist sie da ist sie da ist sie da ist sie oh was machst du halt die dachschalambose da gibt es einen gelber wo sind wir wo sind wir na da war ich gerade hier gerade hier gerade nein nein und der Staircase ah da liegt der Medi hier bin wir noch kein Medi-Bag das gehe ich mir jetzt auch na gut das verdient du bist wahrscheinlich wieder im ersten in irgendeinem Raum oder IHP ok das hilft uns ich habe eine Medi-Bag ich will eine Medi-Bag ich will eine Medi-Bag oh Gott oh shit oh shit nein nicht werfen boah nein die wollen ich bin ausgewichert das hat der Simon getroffen haha haha oh fuck das war ein kurzer gerade langer gegangen sie hat auf mich geworfen dann habe ich nur noch kuckuck und dann hat sie sich jawohl das lernen wir gar so scheiße du hast dich nicht freuen wenn dir die Teammates schauen gehen ja aber es ist doch lustig wie das live von mir vorbeigeflogen ist wie ich es richtig gehört habe man vor allem bin ich nicht der einzige ohne Medi-Bag das ist das traurige hä hä ah haha fabi das rennt schon drauf auf rechts Sam oh weh sie holt gleich aus fabi jetzt bist du gleich fällig sobald sie wirft und weiter wer hat sich da gerade gekeilt Oh weh, Fabi, sie hat die gleiche. Oh weh! Oh, das war jetzt knapp! Tschüss, leb! Oh weh, block dich falsch in die Richtung! Oh weh, es ist so geil, die Verfolgungsjagd. Machen wir weiter, Fabi. Wir müssen nicht schneller sein, wie sie. Noch schneller wieder lebt. Sie ist gar nicht mehr hinter uns. Aber die Maps sind viel schwieriger, nicht? Ja. Jetzt ist sie aber wirklich nicht mehr hinter uns. Du scheiß Feigling! Ach, da liegt nochmal eine Medi. Verdammt, ich hab immer noch gar nichts gefunden. Ja okay, also, jetzt hören wir auf zum Rennen, suchen wir. Ja, hör du mal auf zum Rennen. Oh, ach so, ja, okay. Aber das ist wenigstens angenehm, weil das ist so eine kreisförmige Map, der kannst du eigentlich immer gut abhauen. Hm, ich zeig dir nochmal, wenn du am ersten rumschust. Jetzt rennen wir alle nach, weißt du? Du hast zugesperrt. Oh, ich hab aufgesperrt. Oh mein Gott! War geil, ich hab sie gedodged. Ich bin so ein Gott, ey. No! Brutal. Wir drei rennen eine halbe Stunde ums Leerband. Der Simon hilft uns, der darf dafür büßen. Das ist so eine Lunch Lady. Nein, jetzt rennen wir wieder in den Tent. Das ist, sie ist schon ein kleines Zer. Oder meine ist es noch? Also, ich zeig auf deiner Scheiss-Dafel angeschrieben. Hullway B und A. Wer hat jetzt die Tür zugemacht? Wow. Ja, zuerst hielst du mir mal da. Du hast mir eh die Kitten in der Hand. Du musst mich resten. Scheiss, Staircase haben wir immer noch. Der Staircase-Schlüssel. Ah, der Staircase-Schlüssel fällt. Auf der anderen Seite haben wir noch wenig abgesucht. Ich hab völlig die Orientierung verloren, weil ich jetzt eine dreiviertel Stunde noch im Kreis geredet bin. 5ắng m bis dahin geht und das glumpert nach. Ich wusste, dass ich die Tür zu mache. Ja. Boah! Boah! Boah, das Hackbeil, das pflückt bis ans Ende. Sobald es irgendwo auftrifft. Ein guter Wurf haben. Wo ist der Kackschluss? Jawohl! Boah! 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 Aber wir haben jetzt drei verschiedene Schlüssel, oder? B, A, B, C, oder? Haben wir aufgenommen. Ja. Ich hab B, ja. Ja, aber die ganzen Stiergröße, die sind da noch nicht offen, oder? Nein, ich bin in der Sack aus der Grenze! Boah! Ich hab' den Spiel frei gemacht. Ah! Don! Man weiß schon, ich hab' noch kein einziges Medipack gegeben. Da ist ein Schlüssel! Wow! Der K.S. Spär auf, spär auf! Also, zurück! Ah, jetzt, zack! Ich hoffe, dass es dir gefällt! Warte, geh' zu unten an! Warte, mach unten gleich auf! Mach oben gleich auf, komm! Ober, ober! Oh, da ist wieder Gas! Ja, ich bin am Spawn. Ich sollte vielleicht mal den Nil haben. Was? Hast du ja wohl eine Medikette? Nein, ich hab' kein einziges gefunden, die Runde! Oh, Alter, ist wieder qua aufgezeigt! Oh, oh! Oh, 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 oh! A Fabi-Lotsch! Oh! Ich habe mich jetzt griss' und den mit dem Sack schau' vor mir. Aber sie hat brav die Tür hinter mir wieder zugemacht Aber ist echt nicht ohne, also boah Ah, da bin ich da in der Staircase, ja? Ah ja, die von der anderen Seite Und, äh Staircase Tyrion Staircase Tyrion Staircase Tyrion Ah, Cafeteria hab ich schon Schauen lieber nochmal, falls ich... Ah, da liegt der Medi Wow, ah, ich meine da liegt Comedy Hilfe Wo liegt der Medi? Da unten, vor meinem Eingang liegt der Medi Hilfe Aber Dominik, komm erschein mit Ich weiß ja wo du bist Ist ja grad an dir vorbei gelaufen, ist hier sogar ich von der Hunde Ah In die andere Richtung rein Ich bin da Oh Oh, fuck Na, Mann Und dann Ist so geil Ist so geil Ist so geil, wie sie da mit der Pfanne auch nicht rumgegeht Ist so geil, wie sie da mit der Pfanne auch nicht rumgegeht Ist so geil, wie sie da mit der Pfanne auch nicht rumgegeht Hat denn der Medi? Nein, ich hab keinen Staircase Ich bin beim Staircase Warum laufen die eigentlich noch? Ich weiß es nicht Ah, danke Da oben liegt der Fabi Oh Gott, hinter uns Oh Gott, hinter uns Ich weiß, was das Medi hat Ja, warum rennt sie wieder nur mir nach? Oh no Oh, hey Da ist jemand über mich gelaufen Ja, das mag schon sein, aber ich hab keinen Medi Pack Oh no Oh no, jetzt bängst sie mich wieder so räudig Ja, Sackgasse Ich bin jetzt oben jetzt Ja, Mann Nein, die hat sich so nicht ruptiert Ja Ich hätte das wohl besser gemacht Die ist ja das nächste Mal so schnell wie ich Liegst du am Boden, Fabi? Ja Du komm mal hin Was ist denn? Ja, du kannst das Rötchen abschalten Ah ja, stimmt Ja, stimmt Biss ich Bitte helfen zu mir, ich bin in Gefahr Hat jemand einen Schlüssel mit P? Nein, ich habe einen Schlüssel mit A P wie Prison, oder wie? Prinzip He 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 Ich habe mir nicht gedacht, ich habe da drei Schlüssel aufgenommen Kann ich nicht sehen Medikin, bitte Ich habe keinen sichern, bis letztens in der unnötigen Wie wie der Owe Hallo 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 Oh weh Oh weh Ist doch geil wenn das riesig Meine Güte und ich bin direkt in der Cafeteria drin und jetzt folgt sie mich Ich habe die Taschenlampe ausgeschaltet Midnight Lady Fuck Worth manipulate Die ist jetzt schneller wasi Wehe bestes Geräusch wie Wenn dieser Wie ihren Pfannensound hörsch und dann auch Und dann auch kriegt er einen rauf. Ja genau. Bleib Druck H, Benzierspäs. Ja ja, ich weiß schon. Warte bis der Simon noch Pfanne abkriegt hat. Kommt sie wieder. Ja, kommt sie wieder über mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist die Schnerle. Boah, die ist richtig dünn. Aber jetzt ist sie schneller. Kannst du ja nicht mehr davor reden. So geil. Oh mein Gott. So geil.